Kleine Info am Rande, da wir bald 50 Wochen alt sind, theoretisch gesehen sind wir sogar 50 Wochen alt, aber der offizielle Geburtstag von Tomageddon wird ja ein bisschen später stattfinden, auf jeden Fall werde ich am Samstag ein Community-Renn veranstalten. Es kann jeder mitmachen, man muss nur schnell sein, da glaube ich nur 12 in eine Lobby passen. Zudem für alle, die mich nicht auf der FL haben, die müssten mich dann auf Skype adden, sodass ich weiß, okay, die adde ich dann, beziehungsweise die können mich dann adden, sobald ich welche aus meiner Freundesliste entfernt habe, da meine Freundesliste momentan voll ist und wenn welche mit mir spielen wollen, die im Endeffekt mich aber nicht auf der Liste haben, muss ich halt schauen, wie ich das am besten mache. Und deswegen am besten mal aus Skype adden, ich heiße dort thoma36043, steht auch in der Beschreibung drin. Samstag wird der ganze Spaß stattfinden um 15 Uhr, ich freue mich auf jeden, der dabei ist. Und das war's mit dem kleinen Info-Video und ich seh dich in der nächsten Folge. Bye-bye!